Hallo, ich bin die Theresia, ich mache gerade mein FSJ bei Jugendhilft und wurde schon ganz herzlich in Empfang genommen. Ich fühle mich schon total wohl hier, will eigentlich gar nicht mehr weg, aber ich muss ja leider trotzdem schweren Herzens meinen Platz freimachen im September und kann euch daher nur empfehlen, bewerbt euch bei Jugendhilft. Untertitelung des ZDF, 2020